In diesen Tagen ist alles anders als sonst und kommt auch vieles anders als geplant. Eigentlich wäre jetzt das Theaterkollektiv Compagnie Kopfstand für die DFG mit einem Expeditionsbus durch Deutschland unterwegs. Wir wollten an ganz verschiedenen Orten mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, und zwar über Wissenschaft, über die Fragen und Erwartungen der Menschen. Diese Tour war geplant als Herzstück unserer Kampagne mit dem Motto DFG 2020 für das Wissen entscheiden. Damit wollten wir in unserem Jubiläumsjahr zeigen, wie wichtig und wertvoll eine freie und unabhängige Wissenschaft ist, vor allem auch für eine offene und informierte Gesellschaft. Doch dann, das wissen Sie, haben sich die Ereignisse überschlagen und im Rahmen der Coronavirus-Pandemie ist die Bedeutung von Wissenschaft und wissenschaftsbasierten Entscheidungen plötzlich so sichtbar wie selten zuvor. Darum führen wir den Dialog mit der Gesellschaft nun auf andere Art und Weise. Forscherinnen und Forscher versuchen so schnell und so qualitätsgesichert wie nur irgend möglich ihre Ergebnisse in die aktuelle Situation einzubringen und somit zu Entscheidungsfindungen beizutragen. Die großen Wissenschaftspreise der DFG wurden vergeben und die Preisverleihungen werden, wenn auch etwas später dann doch im würdigem Rahmen stattfinden. Ja, und auch von unserer Expedition und anderen Aktivitäten rund um dieses Jubiläumsjahr werden Sie noch zu hören bekommen. Sehr herzlich möchte ich Sie alle einladen, sich immer einmal wieder in unserem Internetangebot über Neuigkeiten zu informieren und ganz besonders gewinnen möchte ich Sie für unsere Online-Aktion Hashtag für das Wissen, die Sie mit Ihrem ganz persönlichen Statement bereichern können. Denn, wie gesagt, das Motto des Jubiläumsjahres ist aktueller denn je. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig es ist, dass sich unsere Gesellschaft und dass wir alle uns jeden Tag aufs Neue für das Wissen entscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.